Naja, Kurzfamilie safe. Bin ich das Arschloch, weil ich meine Mutter nicht in mein Zimmer zum Lesen lassen wollte? Oder so in die Richtung. Was? Kurze Erklärung. Mein Vater hat Covid. Es tut mir leid. Und ist in diesem... Also ist mein... Ich fang nochmal von vorne an. Ich kann das hier nicht richtig... Mach Schluss. Ich hab mir vor drei Wochen ins Meer gestoßen. Schon schlimm. Mein Vater hat Covid und ist in Isolierung im Gästezimmer. Oder hält sich zum Beispiel auch mal im Wohnzimmer auf, wenn alle Maske tragen. Ach mein Gott. Oh nein, nicht Covid. Da steht es schon im Chat. Ihr dachtet, ihr werdet heute damit alleine gelassen. Auch wenn Drosten gesagt hat, die Pandemie sei beendet. Pustekuchen. Hier sind wir. Vor 23 Stunden kommt das Ding, ja? Wenn alle Maske tragen. Ich bin momentan über die Weihnachtstage zu Hause, wohne aber ansonsten nicht mehr zu Hause. Nun saß mein Vater... Schlomo, meine Eltern hatten auch Covid, ne? Ich bin nach Hause gekommen, hab die umarmt, ganz normal mit denen gegessen, Alter. War mir sowas von egal. Sowas von egal. Ich mein, mein Vater, mein Vater ist ein Kinderarzt und ich hab die damals besucht. Der hatte irgendwie so fünf Fälle in Folge oder irgendwas und meine Mutter hat sich das ein bisschen komisch aufgeführt. Also die meinte, das ist nur gut, ne? Aber die kam dann halt mit Maske und so weiter, ne? Ich hab gesagt, zieh die scheiß Maske aus und da meinte sie halt, ja gut, das kann ich nur, wenn wir uns draußen hinsetzen. Haben wir es halt draußen hingesetzt, ne? Aber, ähm, ja, die Leute haben halt ein bisschen da eine Psychose antrainiert bekommen. Die haben einen f***ing Schaden, Alter. Ich bin momentan über die Weihnachtstage zu Hause, wohne aber ansonsten nicht mehr zu Hause. Nun saß mein Vater im Wohnzimmer und hat gelesen und meine Mutter auf einem Stuhl im Esszimmer. Ich hoffe mit Maske. Meine Mutter wollte nun auch auf einer Couch-Sessel sitzen und etwa lesen und sich entspannen. Etwas lesen und sich entspannen. Das Wohnzimmer war jedoch in diesem Moment von meinem Vater belegt. Und wie gesagt, der hat ja so ein Todesradius. Wenn du den betrittst, fällst du ja tot um, ne? Wie wir alle wissen. Der hat ja Covid. Äh, also, das war gerade von meinem Vater belegt. Deshalb ist meine Mutter zu meinem Zimmertür gekommen. Sag mal, Autocorrect. Ich schiebe es jetzt auf Autocorrect, aber schreib mal ordentlicher hier. Also, von meinem Vater belegt. Deshalb ist meine Mutter zu meiner Zimmertür gekommen und hat gefragt, ob sie in meinem Zimmer lesen könnte. Dort ist nämlich momentan eine Couch meiner Schwester zwischengelagert. Weil man ja so viel Angst hat vor dem Vater. Während man höchstwahrscheinlich, also, wenn man schon so ideologisch auf Linie ist, wahrscheinlich selbst schon zweifach geboostert ist oder so. Und trotzdem Angst hat. Also entscheidet euch. Seid ihr jetzt geimpft und ihr fühlt euch sicher? Oder seid ihr... Also was? Ist doch alles gut oder nicht? Naja. Ich habe kurz eine Sekunde nachgedacht. Aber mein Gesichtsausdruck währenddessen war wohl in diesem Moment vermutlich kein wirklich glücklicher, da ich vorhatte, beispielsweise etwas YouTube zu schauen, zum Beispiel die Ketzerkirche, oder mit Freunden über Discord zu quatschen, zum Beispiel auf dem Angerverse-Discord-Server. Von meiner Schwester kam in diesem Augenblick der Vorschlag, dass mein Vater ja wieder ins Gästezimmer gehen könnte, damit das Wohnzimmer wieder frei wird. Meine Mutter ist daraufhin gegangen, ohne dass ich noch etwas anderes sagen konnte und hat meinen Vater darauf angesprochen. Für mich war das Thema dann so ziemlich erledigt, weil meine Mutter saß danach nach Lüften im Wohnzimmer. Als ich nun heruntergegangen bin, hat sie zu mir daraufhin gemeint, dass sie sehr enttäuscht ist und ich sie nicht verstehen würde und sie auch in Ruhe auf einem Sessel lesen will und nicht auf einem Stuhl. Daraufhin meinte ich, dass sie bei solchen Zeiten gerne hochkommen kann, aber es nun mal Situationen geben kann, bei denen das eher schlecht möglich ist. Auf jeden Fall ist sie nun schlecht gelaunt und enttäuscht und ich frage mich, ob ich hier das Arschloch... So, jetzt pass mal auf. Ihr seid alle das Arschloch. Ihr seid das alle. Ihr habt alle einen verdammten Schaden, Alter. Umarmt euren Vater. Meine Güte. Ihr seid doch alle gebratwurstet, so wie ihr klingt. Man dann umarmt ihn doch. Schenkt ihm die Nähe, gerade an Weihnachten. Das ist doch unglaublich. Die nehmen aus von dem, als hätte er so ein Todesradius um sich rum. Ist ja schrecklich. Folgendes. Ihr kauft euch jetzt einen Plastikeimer und so ein paar ganz lange Strohhelme. Dann macht ihr euch Sex on the Beach und setzt euch alle ins Wohnzimmer und dann ist die Geschichte mal durch. So nämlich. Meine Güte. Ey, sag mal. Edit. Vielen Dank für eure Beiträge. Haben mich nochmal zum Nachdenken gebracht. Ich bin einfach ein Coronazi geworden. Meine ganze Familie auch. Ne, schreibt sie leider nicht. Sie schreibt, haben mich jetzt auch mittlerweile entschuldigt und ihr versichert, dass sie, wenn sie Ruhe und eine Couch braucht, natürlich in mein Zimmer zu kommen. Da werde ich mal auf meine Privatsphäre verzichten können und Kopfhörer-ETC benutzen. Das Angebot hat sie abgelehnt beziehungsweise weigert sich nun, mein Zimmer überhaupt zu betreten. Ja, ich würde sagen, da hast du doch was gewonnen an der Sache. Eltern, die mal die Privatsphäre akzeptieren, das ist ja auch mal schön. Aber holy shit, Alter. Sag mal, wie man die isoliert, ne? Gerade an Weihnachten. Hast du das Video gesehen von dieser FDP-Frau, die ihr Kind quasi isoliert hatte? Hat das Kind Corona? Ja, ja, ja. Irgendwie im Zimmer so alleine. Und die schieben praktisch das Essen ja förmlich fast unter der Tür durch. So ähnlich lief das doch. Ich glaube, wir hatten so einen Wagen, wo die das über den Flur quasi so angestoßen haben. Und der rollte so dahin. Und es gab auch gruselige Bilder davon, wie sie dann irgendwie Happy Birthday singen halt über dem Flur. Und das Kind ist da quasi eingesperrt. Das waren vor einem Jahr noch die normalen Leute. Jetzt sehen wir halt so ein bisschen die Relikte davon. Weil der NPC hat ja eigentlich schon eine andere Diskette eingelegt bekommen. Jetzt ist hier gelb-blau angesagt. Aber die Leute sind da halt teilweise so tief reingekommen. Es wurde auch zu so einem identitätsstiftenden Ding, dass sie das halt immer noch machen, obwohl die Medien jetzt nicht mal mehr so hart in das Horn blasen. Es ist verrückt, ne? Das hat die Leute echt, das hat nach, das hat nach, das hat Nachwirkungen, aber nachhaltige Schäden verursacht bei denen im Gehirn. Tut mir leid, dass ich hier gerade so neben der Spur bin, weil vor mir läuft immer noch dieser Film ab da bei denen, wo sie praktisch immer so magischen Abstand vom Vater halten, weil er so einen Todesradius um sich herum hat und jetzt vor ihm Reißaus nehmen und so ein Shit. Das ist ja schrecklich. Und das ist kein Einzelfall, ne? Also ich denke, so hart drauf, dass die halt immer noch so eine Scheiße abziehen würden, sind die wenigsten. Aber meine Mutter beispielsweise sagt zu mir ganz offen, oh, wenn ich jetzt mit den Öffis fahre, dann fühle ich mich unwohl. Im Endeffekt einfach, weil sie jetzt immer dieses Thema und die Ansteckung mit irgendwas im Kopf hat. Lustigerweise, sie hatte nie Corona. Mein Vater hatte nie Corona. Aber naja, der Fernseher hat halt ausgereicht, ne? Ja, das ist ja das Gruselige einfach, ne? Gerade wenn du etwas hast, was die Leute nicht sehen können, wie wunderbar du denen Angst machen kannst. Das funktioniert sehr gut. Also Leute, wie gesagt, ne? Sex on the beach. Fünf Strohhalme. Macht euch einen schönen Abend und schlagt euch das mal aus der Birne, Alter. Macht Schluss mit Covid. Schon noch eine Zigarre kreisen lassen. Vielleicht ein Shisha, ne? Ja, genau. Dann wird da schon was. Genau, richtig. Ein Schlauch. Ein Schlauch. Ein Schlauch.